Das kommt hier rein und hier rein und hier rein. Entschuldigung, so. Also, ich wäre dann auch mal draussen. Ich bin hier. Ui! Okay. In welche Richtung? Hast du einen Schaden bekommen? Nein. Okay. Ich würde sagen, mal in diese Richtung hier. Weil das letzte Mal sind wir ja in den Dschungel, zuerst in die Wüste und dann in den Dschungel. Oh, Rosenpilz, als mögliche. Oh, Wasser. Nein, schon wieder Wasser. So. Mach. Okay. Ah, gehen wir mal hier so durch. Einfach mal geradeaus, he? Mhm. Da kommt sicher etwas noch. Genau, hier. Boah. Au! Oh nein! Oh! Ich dachte schon, ich habe jetzt zu viel Leben und so verloren und jetzt kommt noch etwas und macht BÄM. Ah. Ah. Das muss hier. Hier hin. So. Dann baue ich das hier ab. Und jetzt hört man die Kirchenuhr. Hä? Ja. Dann weiss man, was für Zeit das ist. Das ist gut. Hä? Ah, das scheiss Hühnchen, hey. Scheiss Hühnchen! Töte es! Ah. Ah. Ah, Mann. Oh, ich habe eine Schlucht gefunden. Okay. Spring hier rein. Spring hinein. Ja, komm, du auch. Ich bin hier gerade am Level farmen. Level farmen. Oh, ja. Ah. Ah. Ich habe jetzt Level 29, 1,5. Hä? Ist hier unten nichts mehr? Boah. Hier unten? Doch, doch. Doch, doch. Hier ist noch ganz viel. Ey, doch, meintach. Und jetzt, jetzt. Folge mir. Ui. Oh. Oh. Eskelett, eskelett. Wow. Ja. Eskelett, eskelett, eskelett. Ja. Ich habe jetzt gesehen, ich habe einen lebenden Kampf. Oh. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich helfe dir aus der Luft. Hey. Oh, der dritte. Der dritte. Jo. Jo, helf mir mal. Haha. Habe ich jetzt... Ah, ich... Ich habe ja geholfen. Ich habe ja geholfen. Hey. Siehst du die Pfeile überall? Das sind meine. Ja, ja, ja. Boah, Lava. Lava, Lava. Äh, ja. Normal. Oh, Lapis. Ui. Ich baue das jetzt. Ah, shit. Ich dachte, das hält, aber... War nichts. Das Lapis, das gibt schöne Badezimmer. Oh ja. Very nice, dann. Very nice, dann. Oh nein, irgendwie blauz, Represent. Nein. Hier soll halt stiften. Ja? Frohken. Dann. Denerbauen. Dann. Bauen. Und dann bauen. Das mache ich mal zu. Ja. Boah. Ah, scheiße. Du hast nicht zufälligerweise irgendwie einen Eimer? Ja. Hast du zwei? Nein. Ich baue jetzt hier. Aber ich mache das hier mit der Lava. Ich baue jetzt das hier schnell so zu. Zack, zack. So. Oh, hier ist auch noch Lava. Und hier auch. Oh, Gies. So. Hier baue ich auch noch ein kleines Wäckchen hin. Wäckchen hin. Wäckchen. Oh. Ja, okay. Dann halt. Ha. So. Redstone. Oh yeah. Wieder level up. Level up. Level up. Oh yeah. Oh oh. Oh oh. So. Du darfst nicht, dass sich irgendwie ein Skelett trifft, gell? Ja, gell, gell. Ja, das wäre... Ah, Level 30, hä? Du? Ja. Okay, jetzt willst du unbedingt Diamanten finden. Oh ja. Oh ja. Diamanten. Oh ja. Ah. Sehr schön. Oh. Und jetzt geht's hier rein. oh ja. Ah, ich hab' schon mal so durch. Tak. Ich hab' mich einfach so durch. Ich hab' einen Fackel. Sooo. Und jetzt bauen wir das hier noch ein bisschen weg. So. Prozent Prozent dann nicht die andere die Führung weil die 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 meisten Spitzhacker braucht für die Diamanten sonst nimmt es mir wieder der DTG Bic 9 1 das war ein bisschen mehr Musik trotzdem die ersten Päckchen zu haben irgendwie war das nicht zumal gehen wir wieder er wird mehr ist es eigentlich Prozent Maa Ok, Gold habe ich gefunden, aber das ist nicht das, was ich will. Ich will Diamanten, verdammte Scheiße. Dias, Dias, los, komm zu mir. Redstone, Redstone, ich bin nur immer Redstone. Geh mal in die andere Richtung der Schlucht. Ok. Geh mal dort, schau mal, oh Zombie, am Sandberlin, oh 3, 3, 4, ich bin voll wieder am Camping. Ich baue mal hier so. Ah, hier oben könnte, könnte, könnte eine Bahn, eine Bahn. Aha. Ok. Ah, hier ist auch nichts. Interessant. Und der Scheisse, ey. Oh, Lava. Oha. Voll über die Lava gehen. Sprungen hier. Aufsammeln hier. So. Aufsammeln hin. Boah. Gehen wir mal hier durch. Mal schauen, dass das bringt. Hm, wir wieder Gold hier. Gehst du, geh, gehst du mal. Ja. Warte, 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 muss schauen. Ja. Ja. Nein, nein, nicht nichts. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts, nichts. Mah. Ah. Hier kommt nichts. Kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Außer dieser, dieser Kohle die ganze Zeit immer wieder und wieder. Oh, Wasser. Und toll. Toll, toll, toll. Ich habe Wasser gefunden. Uh. Maha. Knäken. Eisenmeer. Wie viel Eisen hast du? Ähm. Fünf. 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 Boah. Boah. Ach du Scheisse, ey. Irgendwie hat das bei mir auch gezischt. Dann habe ich gedacht, oh Scheisse, jetzt kommt der Klupe. Der, 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 der war ganz, ganz, ganz nah bei mir runter. Ah. Eier. Hallo. Also vielleicht nicht. Ui. Hehehe. Eier. Die, die, die Creeper, die sind, äh, die sind Ninjas geworden, ey. Die springen von oben, scheissen auf ihr Leben, springen und explodieren. Boah. Voll, voll krassi Ninjas, man. Ah. Oh yeah. Mein Spitzack ist wieder kaputt. Very nice. Oh, 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 oh. Oh. So. Er ist die Leakina Kräger. Achtung, gelett. Ja, 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 ja. Alles unter Kontrolle. Ja, 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 ja. Alles unter Kontrolle. Ja, 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 ja. Alles unter Kontrolle. Ich warte hier. Und dann macht Brem, wenn er kommt. Komm, 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 komm. Hu! Achtung. Er zieht Gelattworte. Trotz Eisenrüstung. Trotz Eisenrüstung. Brästung, trotz Eisenrüstung. Er zieht ihn mir immer wieder. bis zum Glück 3 Peter bis weg achten sie mit dem Soha Oya so ich muss doch oben noch ab ich nehme jetzt ein Leben hier ist an Nürnberg und er will die als ich will die als sich die jahre ist Dias, 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 Dias Dias, 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 Dias Das hier Muss hier weiter runter gehen Ah, der Tunnel von dir Oh yeah Immer das verkackte Gold hier Komm ich auch mal auf der Seite weiter rüber Gold hab ich jetzt 18 Okay Ich hab genug Gold, ich brauch nicht mehr Jetzt kommt da ein bisschen La Pess hier Oh yeah Bitte Äh Ist bei dir gerade irgendwas explodiert? Nein Ja da oben sind noch die Schombie liegen Oh, ich sollte was essen Sonst Ah, hier hab ich auch das Essen Er regeneriert sich mein Leben nicht mehr Mhm Aber irgendwie fünf Skelette Er hat nur noch zweieinhalb Herzchen Ey das ist krass krank Krass krank Hier oben hockt er Ja ja Auffaut Also sie Der springt runter Der springt runter Der springt runter Soll er? Ja Oh nein Der springt nicht, aber die Schieber Die Schieber springen Dack Taktort Genau Aber sammle du noch weiter Level Weil dann kannst du nach mehreren Verzauberungen durchführen Oh ja Ich hab jetzt Level 31 Okay Very nice Very nice Very nice Junge 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 Oh yeah Junge Oh oh Jetzt wollte ich hier rausspringen Und BÄM machen Aber Wollt er wieder durch hier Wollt er wieder durch hier Wie viel Oh 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 Maa Der Kies hat es auf mich abgesehen Jedes Mal Immer wieder So Ich geh mal hier noch ein bisschen runter Also Ob die Diamantenhöhe Höhe 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 Maa Oh yeah Weil ich möchte gerne einen Schwitznackler mit Glück haben Ja Dann bekommen wir da mehr Diamanten, die raus springen Hehehe Wo ist der Wien? Ah Da So Mal hier rein Und hier Nach Rechts Und jetzt soll Diamanten kommen Diamanten Diamanten Komm schon Komm schon Komm schon What the fuck 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 Nein wir selber Ich nicht sterben wollen Stirbst du? Aha Oh yeah Very nice Very nice Very nice Very nice Hey komm mal hoch Komm mal Komm mal Komm mal Oh Wo bist du? Ähm Ähm Ich habe hier einfach einen Minenschacht wiedergefunden Hey wie viel Naja ich habe so einfach Äh Ich bin dann gerade am Ausleuchten Ähm Und dann habe ich hier Ich wollte hier rauf Ähm Wo bist du? Wie ist das